Welcome back zu einem neuen Part von Pokémon Impossible Crystal. Wir haben ziemlich aufs Fressbrett bekommen von der netten Whitney-Dame. Das heißt, unter 40 brauche ich meine Visage doch gar nicht zeigen, aber wir haben hier noch ganz viele Trainer. Hast du noch was zu sagen? Der sagt nur was. Will einer hier nicht noch tauschen? Ich weiß gar nicht. Nein, der sagt nur das zu den Trees. Genau, man braucht ja die Schickikanne und die kriegt man ja hier nicht. Hallo, wie geht's dir denn? Ja, Whitney, das habe ich mir fast noch gedacht. Aber ein starkes Team. Mal gucken, was wir da. Kim hat ein Pokémon. Ein Ninetales. Jetzt hoffe ich nicht, dass der die ROM abstürzt. Steven, du bist hier im Vorteil. Zack, 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 zack. Reicht halt nie gern. Aber Flinch, sehr schön. Dragon Breath noch zum Schluss. Dumb, dum, dum. Cross Jump ist halt nicht nett. Ist eine böse Attacke. Ich mach böse Auer. Werdet mich jetzt halt einfach sehen, nach jedem Trainerkampf kurz abzusp... Ja, Mama, hab zu nerven. So, äh, mal kurz zu speichern, weil ich ja nicht weiß, wo, 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 was, was er getestet hat und was nicht. Weil bis jetzt haben wir ja zwei Trainer gehabt, die eben in der Arena dort und der eine im Tunnel, den wir nicht angreifen dürfen. Sandlash. Nee. So, äh, Dragon Breath. Jump, 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 jump. Können wir hier können wir noch ein bisschen gut trainieren. Sei mal paralysiert. Das ist aber nicht nett von dir. Ich brauche meine Akkurat, äh, es ist akkurat genug. Das reicht, um ihn zu killen. Sehr schön. Du, 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 du bist nicht so frei. So, Azumaril. Da hätte ich eigentlich ein Donner-Pokémon, das aber keine Donner attacken kann. Das ärgerlich ist. Aber einmal mal drin. Weil die sind alle sonst auf 36, ich glaube. Oh, das ist so ein, das ist so ein nerviges Pokémon. Aber warte, ich habe ja noch immer noch die. Das sollte jetzt eigentlich negatiert werden, oder? Ja, wegen dem Drachentyp, genau. Jump, 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 jump. Nein. Es wird nicht besser, meine Dame. Oder mein Herr, es wird nicht besser. Je öfters du Wasserattacken einsetzt, weil der Drachentyp negiert Wasserattacken. Ah, ganz knapp nicht gereicht. Entschuldigung. Haben wir sie noch? Ja, 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 ja. Ah, Entschuldigung. Brug, was hat die Brug denn? Ein Raichu. Entschuldigung. So, wir haben Rocketslade. Drum, 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 drum. Drum, drum. Batsch. Ah, nee, das ist ein normaler Zeug. Na, dumm. Hab das geflincht. Haha. Drum, 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 drum. Komm, Raich, mach es kaputt. Oh. Das bringt dir ja gar nicht. Das hat ein Wind hat durch meinen Drachentyp abgefangen, was geil ist. Genau wegen dem finde ich dieses Pokémon auch so geil, weil es hat ziemlich hohe Verteidigungswerte später. Du kannst dementsprechend mehr einstecken als andere. Sehr schön. Und deswegen ist er dann praktisch. Wenn er dann auch noch Level 40 ist, dann sowieso. Wir wollten ja noch speichern, oder ich wollte ja noch speichern. So, und dann wollte ich hier noch wechseln. Niemand ist ja noch nicht auf. Genau. So, und sind nämlich beide noch nicht auf Level 6. Ich will keiner. Hallo. Für. Die Nase läuft. Nicht so geil. So, was hat der denn schönes am Start? Drei Pokémon, der Ivan. Diktri, das ist ja perfekt. Den Hammerwatz, Winter, Walter seines Amtes, Eisbeam ins Gesicht. Hoho. Das sollte er eigentlich nicht überleben. Würde mich überraschen. Weil Diktri ist so eine Glaskanone. Der ist ziemlich stark, aber der muss die Erde in den Erstschlag haben. Hat er drei Diktri oder was? Ich finde ja die Alola-Variante so geil mit diesen Surfer-Frisuren. Ich kann es ehrlich sagen. Das fand ich eine tolle Idee. Dass er die Surfer-Frisur kriegt. Dann hat er sich ja noch einen Diktri. Ne, Golbart. Da müssen wir jetzt hoffen, dass wir schneller sind. Rrrr. Bei Golbart, der hat ja Blutsauger. Und das ist gemein für mich. Weil Blutsauger, der tut weh. Sehr schön und das tut. Und Winter's Level 36. Hoho. Sehr schön. Ziemlich hohe Speedwert sehe ich geworden. I give. Und dann wechseln wir wieder. Und dann alle Level 36 sind. Ich speichere noch, weil sie wieder auf jemanden treffen, den wir nicht ansprechen dürfen. Ich habe ich ja genau, den. Ja, ja, ja. Den da hier, mit dem lege ich mich jetzt mal nicht an, weil ich bei ihm nie sicher sein kann, dass das auch wirklich funktioniert. Hier kann man ja diesen Bug-Catch-Wettbewerb, genau hier kann man ja noch in diesem Park, den kann man ja auch noch catchen. Da frage ich mich, ob wir mal noch... Wir können hier ja noch weitergehen. Hier drüben würde mich noch... Hier war ich nämlich noch nicht. Das würde mich noch interessieren, wie es hier aussieht. Ich muss mich speichern nochmal. Hallo. I'm going to read you, so. Okay, das ist ein Psychotyp. Genau, das war die Idee. Ich kann mal gucken, ob er den... Den muss er eigentlich getestet haben, den Marc. Alakazam. 39, das geht ja noch. Ich bin ja auch nicht gerade von schlechten. Ja, natürlich, ich vergaß. Ja, wenn alles zusammenkommt, was dich ärgert. Ja, da geht's auch noch daneben. Nein. Hier ist ein Megahorn. Boah. Genau, so. Sato. Kudu, kudu. Das ist immer ein Megahorn. Hoho. Klump. Aber das ist ja normal, was ist ein Flughafen. Oh, dumm. Ja, von dem können wir auch verabschieden. Und tschüss. Ah, nee, doch nicht. Spann. Der Pinmittel, mach mal. Tschüss. Taka, taka, taka. Taka. Feiert ja, komische Attacke, stimmt ja. Golduck. Da wiederum bin ich im Vorteil. Das ist ja Wasserpsycho. Wird er jetzt nicht negiert, das Megahorn. Erabschieden. Return. Erlaubt. Womp. Dass ich dich brauchen kann, geht's hier mal daneben. Bitte gelätzt, sehr schön. Der Mark. So, genau. So, und hier. Nein. Ach, nicht doof, ja. Nein. Nein. Der Ecke. Äh, eigentlich könnte ich mich schon mit dem anlegen. Mach's mal der Winter. Eisbeam. Ich will das mal schnell. Danke. So, ich wollte hier noch speichern. Da ich ja hier noch Paralyse-Heal habe. Dann kann ich das. Ich mach jetzt da nicht gerade zum nächsten. Äh. Es gibt einfach gar nicht so ein paar, paar Dinger. Es ist ja nie so, als würde ich da alles aufhören. Genau, und dann hier komme ich ja dann. Genau, hier ist der Baum. Äh. Wir speichern lieber nochmal. Okay. Okay. Ah, ich musste die da hinschicken. Okay, wir mal gucken, was wir hier noch fangen können. Das würde mich noch interessieren. Ah, das ist die, das ist, äh, kann man hier nur Start-up-Pokémon fangen. Ja, hier kann man nur Start-up-Pokémon fangen. Das interessiert mich ja nicht. Ah, stimmt, wir haben ja. Ah, den hatte ich ja noch vergessen. Stimmt, den vergaß ich ja noch. Ein Bugcatcher. Was hat denn? Das hat Arnie denn schönes. Den kann ich aber was machen. Er will mir auf die Eier gehen, kann er sein. Ich sehe das. Das ist sehr ein tiefes Bedürfnis. Ah, ganz knapp reicht's nicht. Level 36. Jetzt will ich mal... Die hat jetzt ja gesagt, die geht zu ihrer Schwester. Ich spule das mal schnell. Oh, mach die Kilo. Ich spule ich mal schnell. Ich muss ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ja, mach du super. So, genau. Ich wollte jetzt mal gucken. Krieg ich die Schickikanne jetzt schon oder muss ich... Brauche ich zwingend den dritten Arena waren. Ich stelle mir genau vorne dran. Weil, wenn ich die nicht bräuchte, dann würde ich doch sagen, gucken wir uns doch mal oben einfach auf der Dings um, auf der ganzen neuen Route. Weil ein Pokémon kann ich ja noch fangen. Und das müsste ich gerne was Spezielles noch. Sollen wir mal gucken. Hier ist ja die Arena und der Blumenlade ist ja nebendran. So, ähm... So, ähm... Na, 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 na. Ah, okay, ja, genau. Sie gibt uns also die erst, wenn wir... Äh, die, ähm... Die Trainer, also die den Arena-Orden haben. Ja, sonst ist das zu... zu gefährlich. Ja, gut, wir haben ja hier noch ein Item, das ich noch holen kann. Oh, Sonnenkern. Sonnenflora. Naja. Warte, den killig schnell. Da bin ich nämlich Level 36. Sehr schön. Bin ich auch noch abspeichern. So. Dann waren wir hier... Müssen wir hier rüber. Na ja, macht das super. Ja, ja, nervt nicht. So. Genau, hier ist das Item. So, unten ist noch so ein Typ wie den war... Soll man uns mit dem auch noch anlegen? Hallo? War kein... Warst du... Komische Frage, mich das zu fragen. Ah, klingelt auch gleich. Wenn ich dann Offscreen auf Level 40 trainieren... Oh. Oh. Ja, gut. Mit dem kann ich mich anlegen, weil ich habe Eisbiel. Aua. Nicht nett. Macht man doch nicht. Hier. Überlebt's halt. Aua. Wo mein Okta-Suka-Psy-Strahler lernt, Patrice Keiter. Aber es ist halt einfach so. Pharaoh. Genau. Der beide starken Vogel-Pokémon. So. Komm raus, mein Mann. Ich mag das Geräusch. Super late. Flinch. Sehr schön. Und Dragon Breath. Dam, 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 dam. Und es ist tot. Juhu. Der Vogel ist kaputt. Oh. Sehr schön. Decks. So. Wir haben mal hier noch das Item. Wo ist es denn hier? Oh. Was ist denn TM vor? Rocketslide. Eispunch könnte ja noch Dings erlernen. Wie heißt es? Mainz-Niesel. Finden wir hier Rocketslide. Naja, speichern wir mal. Ich werde jetzt erstmal alles auf Level 40 trainieren. Wir sehen uns wieder, wenn wir uns nochmal mit Whitney anlegen. Und bis dahin sage ich püß, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.